bam totz oh mein gott das war jetzt aber nicht das tds spieler set oder bailey das war jetzt aber nicht das tds spieler set oder warte mal warte mal war das gerade das tds spieler set oder nicht war ich bin jetzt auf verwirrt habe ich jetzt das falsche pack genommen warte kurz habe ich das falsche pack genommen naja ich hatte eh das premium ja mann alter bailey ich hab den zwar schon als 85er in form untradable aber bailey ist geil lecker 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 alter schaut mal ich hab den normalen bailey als rote karte sogar 85 alter aber der sieht noch mal viel viel fresher aus nice jungs richtig nice 321 nose pack und was wir gezogen haben die verzögerung ist natürlich auch am start deswegen nicht wundern falls ich dann ein bisschen später erst euer kommentar lese kommen wen ziehen wir mit diesen dingen auf dem kopf kannst du nur was ziehen was haben wir jetzt im pack royce cali jury cali jury hey cali jury ist okay bin zufrieden scheint cali zu sein und das passt weil hauptsache nicht bei die den haben wir bei uns schon gezogen er aber die jury geile werte die geile werte der typ rechte außenverteidiger sogar der war ja immer mittelfeldspieler eigentlich und ich würde sagen die cap lassen wir jetzt erstmal ein bisschen auf oder sowieso die litteste cap die es gibt ein kappenspam jungs let's go fetten fetten kappenspam in den chat bam tots auf ansage oh mein gott oh mein gott was geht hier ab oh mein gott hassa was ist das denn für ein stream leute oh mein gott die kappe bringt ja mal sowas vom packlack ich sag noch tots auf ansage was meine stimme alter was beste kappe eu west hassa im pack was das finde ich gerade richtig geil alter hassa einfach im pack drinnen ja moin läuft der mal komplett bei uns nee da könnte ich fast ein best of machen von dem stream bis jetzt drei geile tots gehabt und zwei aus normalen packs what what's going on alter richtig geil bis jetzt ein hashtag packlack nochmal in den chat und eine kappe oder einen ferrari rein da dauert einen ferrari rein chat pack ist angesagt habt ihr was über insta geschrieben check das machen nach einmal ab und schreibt zurück heute oder morgen mal schauen text rex zog sofort soll ich nachher vielleicht noch ganz gediegen entspannt fortnet zocken jungs wer wäre da mit dabei schreibt es mal in den chat blau radetzky blau blau totz radetzky bruma totz radetzky hat radetzky den totz ja moin ja moin das ist jetzt verdient verdammt nochmal unser vierter totz in diesem stream eins zwei drei vier wir haben einen totz nur aus dem garantierten totz pack gezogen wir haben jetzt drei totz aus premium totz bundesliga packs gezogen oh mein gott von diesem stream wird es safe ein kleines best of geben das werde ich für euch vorbereiten ein kleines best of alter geil man ich war mir jetzt nicht sicher ob radetzky den totz hat aber die kappe ist ja mal sowas vom eskaladen alter was ist denn da los was ist das für eine kappe alter maurice danke für den abo das ist krass hey heftig leute heftig heftig haut den ferrari spam jetzt in den chat rein bundesliga tds spieler set ich spann euch nicht lange ich spann euch nicht weiter auf die folter wir ziehen das pack mit der kappe let's go let's go alter kann man denn bitte rein scheißen jetzt haben wir das geöffnet und ich hoffe auf werner oder reuss das wäre das geilste was wir ziehen könnten bitte 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 eine geile karte brasilien nein nein den habe ich schon untradable scheiße man den habe ich schon untradable oh mein gott nein das ist mir grad nicht passiert oh mein gott EA verarscht uns so hart ich werde natürlich nicht abstoßen wir machen den glitch und starten fifa neu erkennt das beziehungsweise starten die ps4 neu das mache ich dann nach diesem stream abonniere abonniere abonniere